Vielfache Weltmeisterin angesagt, ihre Karriere 92 in Brüssel begann mit dem Reifen und dem Seil wurde sie da Weltmeisterin. Verletzte sich leider in 93 Alicante, aber war wieder top in Paris. Weltmeisterin mit dem Reifen und Vize im Mehrkampf. Zweimal sehen wir sie heute noch und schauen Sie diese Extrembeweglichkeit beim Wechsel von rücklinks zu vorlinks. Weltmeisterin mit dem Reifen Weltmeisterin mit dem Eingeklemmten Ball hin in die Streckphase aktiver Beweglichkeit. Moment. 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 Moment.